Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Euro Truck Simulator 2. Heute fahren wir mit dem für den 1.48 geupdateten IVECO S-Way auf der Fixinia Poland Map. Wir nutzen Project Next Scan, die aktuellste Grafik bzw. die aktuellste Version mit meinem GC Quantum 2 Reshield Preset. Ihr findet natürlich alle Links zu dem Truck, zu dem Trailer und zu den Grafikmods in der Videobeschreibung. Wir fahren von Sobotka, das ist eine Strecke, die wir noch nicht gefahren sind, nach Winsko und dann haben wir schon mittlerweile fast alles hier auf der Fixinia Poland Map erkundet und ich hoffe die Promotes erscheinen jetzt irgendwann die nächsten Tage, ansonsten wird es echt knapp. Ich bin jetzt wieder ruhig, wir starten den Motor, ihr kennt ja das Prozedere, von außen starten, von innen starten und dann losfahren. So. So, das war der Sound von außen und jetzt gehen wir natürlich in den Innenraum, Zündung an, Fenster ein bisschen runter und wir starten den Motor. So. Also wie gesagt, ich kann euch diesen Truck empfehlen, das ist mein Lieblings-Eveco. Ich weiß, da gibt es nicht so viel Auswahl, aber es ist wirklich sehr schön gestaltet. Man hat auch hier, wie man oben die Magazine da sieht, da kann man auch alles konfigurieren und Funkgerät, Tachograph, ist alles da. Lenkrad-Variation, Sitz-Variation, also wie gesagt, Link findet ihr in der Beschreibung. Und ich würde mal sagen, wir können langsam starten. Es ist übrigens Spielzeit 16.02 Uhr, also wenn wir Glück haben, kriegen wir die Dämmerung mit rein, Sonnenuntergang, das sieht dann immer klasse aus. Ich fahre wieder mit meinem Optical Shifter, also mit diesem Shifter hier oben. Blinker ist auch klar, Retarder haben wir auch. Und ja, dann würde ich mal sagen, ich leg mal den Gang ein, richte mal das Mikrofon ein bisschen näher ran. So, lösen die Handbremse, dann würde ich mal sagen, wir können losstarten. Ah ja, bevor ich es vergesse, wir fahren mit einem Kögel-Trailer und der Skin ist von Jarosloff, den Link dazu findet ihr auch in der Beschreibung. Der macht wirklich sehr, sehr schöne Skins, kann ich wirklich jedem empfehlen, der ein bisschen so realistisch angehauchte Skins haben möchte. Ich besitze ein paar für den Krone-Trailer und ein paar für diesen Kögel-Trailer und ich bin sehr, sehr, sehr damit zufrieden. Ja, schön hier im Industriegebiet in Polen. Können wir mal ein bisschen die Scheibe hoch machen. Hier warten die Kollegen entweder zum Ausladen oder Pause, je nachdem. Okay, hier ist ein Stoppschild, dann würde ich mal sagen, wir stoppen die auch mal. Da hat die Stadt wohl mit den Schranken gespart. Oh mein Gott, oh mein Gott, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Also das muss mir jetzt einer erklären. Was ist hier passiert? Okay, da haben wir einen, da sind wir richtig in die Scheiße geraten, würde ich sagen. Kommt der da noch raus? Ja, komm. Ey, das kannst du keinem erzählen. Also, was hat man sich denn jetzt dabei gedacht? Also, das ist ja wieder. Ja, das sind natürlich wieder so Sachen, die ich komplett hasse. Machen wir den Motor aus. Also, das ist wirklich katastrophal. Ich habe ja eine Aufnahme. Ich sollte jetzt normalerweise die Aufnahme neu starten, mache ich aber nicht. Ich setze den LKW ein bisschen nach vorne hin. So, ich hoffe, das ist genug. Also, wieder alles gesehen. So. Ja, das passiert nun mal auf solchen Maps. Jetzt hat sich das auch noch verstellt. Super. Gott sei Dank ist kein Zug gekommen. Aber schon sehr nervig. Also, das ist ja ein erheblicher Bug. Also, die Map ist ja auch nicht von gestern, ne. Also, die ist schon Ewigkeiten released worden. Naja. Schwamm drüber. Wir konzentrieren uns auf die Fahrt. Ich habe auch nicht, ich habe auch nicht so viel Zeit. Also, ich habe das ja in den letzten Videos auch erwähnt. Und ihr habt es vielleicht auch selber mitbekommen. Ich habe diese Woche nicht so viele Videos rausgehauen, weil, ähm... Ich, ja, nachts arbeite und jetzt am Wochenende, also heute ist Donnerstag. Normalerweise hätte ich jetzt Wochenende, aber wir haben in der Nähe von uns eine Kirmes. Das ist halt so eine Art, wie ein Freizeitpark wird aufgebaut. Und, ähm, ich fahre seit neun Jahren nebenbei Taxi. Und, äh, ja, da habe ich mich vor langer Zeit eingetragen, dass ich mich bereit erkläre, am Wochenende zu fahren. Sprich, Freitag, Samstag, Sonntag. Und, äh, ja, und dann geht es morgen Abend wieder los. Also, ich habe heute nur Wochenende und, ja, heute nehme ich das Video auf. Also, wundert euch nicht, wenn Samstag, Sonntag keine Videos erscheinen. Ich werde mich bemühen, Montag oder ab Montag oder Dienstag wieder täglich Videos rauszuhauen. Da ist es natürlich schwierig. Taxifahren ist es immer so, man fängt abends 18 Uhr an und dann meistens so bis 4 Uhr morgens. Dann hat man auch schon alles wieder gesehen auf der Welt, also... Ja, nur mal so als kleine Info. Man muss halt... Also, ich mache das gerne, also ich finanziere mein Hobby damit. Mein Hobby, das ihr hier gerade seht. Und, äh, noch reicht es mit dem YouTube-Geld nicht aus. Noch nicht. Und ich denke auch nicht, in, äh, 10 Jahren wird es auch nicht so sein. Da haben wir einen alten Ibeco, die haben wir letztens gefahren. Ist nicht so mein Fall. Aber naja. Total. Total. Total daneben. Jetzt aber sehr wenig Verkehr wieder hier heute in Polen. Übrigens, viele wissen das auch noch nicht. Ich erkläre es zum tausendsten Mal. Meine Tobi-Settings, also für dieses Head-Tracking, findet ihr auf meinem Discord. Und, ähm, ich nutze nicht das Eye-Tracking, sondern das Head-Tracking. Ist viel entspannter und, äh, viel, viel, viel besser. Nur mal so als kleine Info. Ja, der Ibeco, der federt schon gut die schlechten Straßen hier weg. So, wir müssen jetzt normalerweise hier rein, oder? Oder täuscht mich das? Ich gucke mal nebenher. Nein, wir müssen noch ein bisschen weiter. Hier müssen wir rein. Ich gucke mal nebenher. Bus-Fahrer, grüßen wir mal. Wir fahren ja auch ausschließlich Bus in Omsi 2. Ich habe da so Spaß dran. Also ich habe ja, ich glaube gestern oder vorgestern ist ja ein Omsi-Video erschienen wieder. Auf der Alheim-Map. Also ich habe da wirklich richtig, richtig Spaß dran. Das macht mir richtig Spaß. Auch wenn die Videos jetzt nicht so gut bei euch ankommen. Trotzdem, also wie gesagt, ich, das ist mein, ich habe da Spaß dran und das ist für mich das Wichtigste. Da wird auch in Zukunft viel, 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 viel mehr Omsi auch noch folgen, natürlich. Aber Euro Truck Simulator natürlich auch. Das ist ja auch unser Haupt-Content. Ich kann es auch übrigens nicht mehr sehen, die ganzen News von SCS-Software Westbalkan hier, Westbalkan da. Die hauen die Map aber immer noch nicht raus, also ich verstehe es einfach nicht. Immer wieder, wenn ich da einen Post sehe, okay, dann denke ich mir, okay, jetzt ist es raus. Jetzt kann ich, kann man sich das kaufen und downloaden. Nee, das ist natürlich wieder noch eine News und, ja. Ärgerlich. Oh, da steht ja ein Bus. Jede Wette, dass das ein Setra ist. Also ein sehr schlecht gemachter Setra. Ja, das ist ein Setra. Setra, wie komme ich da noch auf Setra? Ein Solaris natürlich. Ein Solaris natürlich. Auch ein sehr, sehr schönes Dorf hier oder Kleinstadt, wie man es auch nennen mag. So, hier haben die wieder Schranken. Ich hoffe, wir bleiben jetzt hier auch nicht hängen. Aber nochmal Glück gehabt. Können wir auch mal ein bisschen durchtreten, hier die Kiste. Auch sehr schön gemacht hier. Ja, ich blinke, weil hier habe ich zwar eine Vorfahrtstraße, aber da muss man halt auch blinken. Zumindest in Deutschland. Ja, bis jetzt ist das Update ganz gut. Ich habe aber vorhin ein paar Arrows gesehen im Logmenü. Das ist natürlich nicht so gut. Und ja, es fährt sich einfach genauso wie auf der 1.47. Also das ist jetzt für mich nicht so viel Erneuerung für diesen Iveco Sway. Ich habe zwar in dieser, in dem Update News gelesen, dass da einige Sachen verändert wurden. Aber jetzt nichts Großartiges. Also es wurde halt nur ein bisschen angepasst für die 1.48. Zieht aber ganz, ganz gut. Und ich habe dann so viel Erneuerung. ok jetzt ist wieder irgendwas passiert ich verstehe das nicht er ist einfach auf neutral gesprungen jetzt ist er wieder im normalen gang ok jetzt nicht jetzt ist er wieder neutral gesprungen also wenn ich retarder zurücksetze das springt er in neutral rein weiß nicht woran das liegt ich jetzt noch einmal gucken jetzt hat er das nicht gemacht ist ein bisschen komisch muss das nach einmal prüfen vielleicht habe ich da eine taste oder sowas die sich da irgendwie kreuzen jetzt geht auch langsam die sonne unter so was ist jetzt passiert also ich weiß nicht warum mir das immer passiert also ich bin hier wo bin ich jetzt bin ich jetzt gegen diese verkehrschild gefahren nein das stimmt doch irgendwas mit der ampel nicht bin ich jetzt wirklich gegen dieses verkehrschild gefahren ging diese vorfahrschild testen wir mal eben aus tatsache also ist das eine einbahnstraße oder was nein ist es nicht also ich bin jetzt knapp 10 15 minuten gefahren und das ist auch mittlerweile die fünfte sechste aufnahme auf der fiktion ja poland map und ich habe bei jeder aufnahme 23 bucks ich glaube das war auch das letzte mal dass ich heute auf dieser web fahren bin ich hoffe dass am wochenende promos erscheint ich will es einfach nur hoffen promos ist die rettung ich weiß es gibt auch viele andere mods aber also med mods das problem ist nur ich brauche immer dreiviertel stunde um um alles zu konfigurieren wenn ich nur im profil erstelle und wenn ich dann alles gemacht habe und dann sehe dass die map voller fehler ist diese map hier zum beispiel ja also hier sind natürlich auch paar bugs spiele ich gar nicht auf dem profil und habe ich 45 minuten umsonst alles konfiguriert ich muss ja alles alles hier die die schalter und die knöpfe alles muss konfiguriert werden weil scs das eben nicht auf die reihe kriegt dass man seine konfiguration mitnehmen kann weil wenn ich zum beispiel morgen ein profil erstelle möchte ich eventuell mit meiner maus blinken anstatt mit meinem blinker als grobes beispiel muss man nicht verstehen ich werde noch wenn jetzt promos erscheint hier middle east auch noch mit dazu holen das hatte ich jetzt die letzten beiden mal nicht gemacht und damit wir auch ein bisschen mehr fläche haben zum fahren obwohl ich das so nicht mag so in der wüste und ja wo die vegetation jetzt immer so trist ist das mag ich zwar nicht aber trotzdem meine abwechslung jetzt sagt dann der tachograph läuft er mit ja der läuft mit also geschwindigkeit und sowas das passt jetzt stellt euch mal vor ihr werdet hier im spiel rausgezogen und da wird da wird das halt kontrollierten ob man geschwindigkeit überschrittung überschreitung hatte und die ruhezeit eingehalten hat also es ist so viel potenzial in diesem spiel so viel die müssen einfach nur das was im wahren spiel erlebnis ist einfach hier rüber bringen das kann ja nicht so schwer sein da muss einfach nur so ein streifen wagen kommen oder keine ahnung da muss vorne irgendwo da hinten am horizont da muss eine kontrolle stehen ja und dann genau wie bei der waage da muss es halt bisschen piepen das soll die anforderung hast dass du da anhalten muss dann gibt es halt eine bestimmte fläche die blinkt an meines wissen meiner meinung nach sondern muss man sich dahin stellen damit kontrolliert dann kommt kann können die auch so eine filmsequenz machen sie können auch mein truck durchsuchen zollkontrolle an grenzübergängen also das ist da ist so viel potenzial zu viel eventuell mal an den tankstellen so shops einbauen wo ich dann eventuell keine ahnung wimpel kaufen kann oder schal oder ein kaffee ja es gibt ja viele leute die spielen ja auch das spielt immer noch mit einer mit der müdigkeit simular tion ich spiele damit ja nicht aber jetzt stellt euch mal vor ihr habt so eine müdigkeit simulation an fährt zur tankstelle holt euch ein energy drink oder kaffee und dieser walten für diese müdigkeit simulation sinkt da also ihr werdet natürlich wacher wenn ihr kaffee trinkt ja also so könnte man das ja auch ein bisschen pushen und ich weiß nicht was sie da in der redaktion machen machen die das vielleicht nicht wegen performance gründen ich weiß es nicht also im jahr 2023 da könnten die meiner meinung nach noch viel 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 mehr machen wenn die das auf dieser engine nicht hinkriegen dann sollen die halt eine neue version rausbringen das habe ich ja schon öfter gesagt am besten auch noch america truck simulator und euro truck simulator zusammenfügen zum 1 zu einem spiel die ganze welt als karte darlegen das wäre doch alles viel 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 besser die könnten das auch meinetwegen als erweiterung bringen dieses zollkontrolle da oder tachograph kontrolle ja könnten die auch als erweiterung bringen wer würde dafür nicht 4,99 zahlen wer klar eine minderheit würde sagen ich zahle dafür keinen cent aber das bringt ja das spielerlebnis die simulation also ist ja eine simulation ja ich sitze ja hier auf einem place sieht mit einem lenkrad mit einem optico schifter mit einem blinker ja ich versuche ja die situation zu simulieren also ich versuche ja nicht in die welt des lkw fahrers ja mich da rein zu bringen so wie das hier zum beispiel da will mich jetzt gerade überholen baut fast einen unfall und wie alle naja also zu einer simulation gehört auch viel aus der realen welt was hier so ist jetzt stellt euch mal vor als beispiel ja das sage ich lieber nicht das sage ich ein anderes mal das kann ich jetzt leider hier nicht so sagen alles gut vergessen wir dazu folgen ja so thema wechsel die sonne ist noch nicht ganz unten wir haben 18 uhr 1 ob das wird heute wieder nichts mit in die dämmerung rein fahren müssen hier gleich wieder rechts ok ein bisschen dämmerung haben wir ja da sehen wir auf dem boden auf die texturen check mal eben kurz ab wo wir uns gerade befinden ja ok wir haben ja noch strecke zu fahren greifen platzer ist auch ein beispiel der reifen platzer passiert ja auch öfter wie oft sehe ich an der autobahn stau verursacht durch reifen platzer vom lkw natürlich der lkw fahrer kann ja nichts dafür ja und dann musste halt ein spezieller service kommen um die reifen zu wechseln oder sonstiges herstellen vor während der fahrt platz mit der reifen und ich muss ein abschleppdienst rufen der natürlich mich auch abschleppen würde zum beispiel ja also nicht einfach so eine sequenz sondern der kommt an und lädt mein truck auf es gibt so viel potenzial so viel aber ich denke scs konzentriert sich auf dlcs wie map erweiterung wie die das schon jetzt seit ewigkeit machen und ich weiß nicht ob denen das geld und mittel dafür fehlt so was umzusetzen was ich gerade so erwähnt habe es wäre doch alles möglich ich meine nehmen wir mal an bei microsoft flight simulator zum beispiel da habe ich auch addons gekauft wie ground wie ist das noch mal ground pack oder sonstiges also da kommt ein follow mika wenn ich gelandet bin der bringt mich bis zu meinem gate dann kommen busse die die passagiere abholen dann kommt catering service kommt ein betankungsfahrzeug ja alles sehr gut umgesetzt für keine ahnung was habe ich da bezahlt 1999 also ich spiele fast jede simulation deswegen also ich bin auch sehr sehr leidenschaftlicher flieger und nicht wundern ja es gibt so viele möglichkeiten das reicht dann auch thema wenden diesen bahnübergang haben wir auch gut überstanden ich kriege mal ein bisschen angst diesen bahnübergang haben wir auch mal anmelden und ihmhäät die Bahnüberschreie der bahnübergang werden aber auch nicht nur diesen bahnübergang wird Ravix und Lubin Oh Gott, schon wieder eine Bahnübergang Da wird was geklärt Der Fluss ist ja trocken gelaufen hier, oh mein Gott Ist nicht so gut Der Fluss ist ja trocken, oh mein Gott So, laut meiner Anzeige noch 8 Kilometer Dann haben wir unseren Zielort erreicht 7 jetzt nur noch Also ich nutze ja dieses SIM-Dashboard Was ihr hier auf der rechten Seite sehr schwer erkennen könnt Da habe ich jetzt ein Dashboard von einem Iveco Highway genommen Weil für den SW war nichts zur Verfügung Wenn man dort die Pro-Version kauft Dann hat man Zugang zu jede Menge Dashboards Also wirklich jede Menge Da kann man auch selber welche gestalten Und man hat dann ein Suchfeld Da kann man dann halt ein Modell eingeben Ich gebe dann das Beispiel jetzt Iveco ein Dann kann ich da von 10 bis 20 Oder je nachdem auch mehr Dashboards auswählen Und ja, das funktioniert tadellos Auch bei OMSI 2, bei Landwirtschaftssimulator Bei fast allen Rennsimulationen Also kann ich euch auch empfehlen Leider gibt es dieses Spiel, wollte ich gerade sagen Das Programm Die App gibt es nur für Android Nicht für iOS Und ja Es ist natürlich Ein Problem für die Leute, die jetzt kein Android zu Hause haben Sondern nur iPhones und iPads Ich hatte jetzt so einen alten Galaxy Tab Der ist wirklich ziemlich alt Und ja, den habe ich jetzt dafür genutzt So Wir haben unsere Zieladresse erreicht Ich weiß nicht, ob das hier Totu ist Ich denke schon Ich muss jetzt hier rechts Hoffe ich zumindestens Ja Hier müsste es richtig sein Wird da gerade ein Auto geklaut oder was? Also ich habe kein Fahrzeug berührt Naja, ist ja auch nicht so schlimm So Handbremse Gang raus Dann machen wir noch die Scheibe hoch Licht können wir auch mal anmachen So Dann begeben wir uns mal Zum Äußeren des Trucks So Vielen Dank Fürs Zusehen Und ähm Können mich natürlich supporten Indem ihr einen Daumen nach oben läst Ein kostenloses Abo Und ein Kommentar Dann pushen wir wie immer Den Algorithmus Vielen Dank fürs Zusehen Und bis zum nächsten Video